Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute geht es um die Q&A's, die Fragen und Antworten zur Aegis Vulcan. Insgesamt hat uns CIG19 Fragen zu diesem Einsteiger Support Schiff beantwortet und heute wollen wir natürlich direkt damit anfangen, diese Fragen zu übersetzen und zu besprechen. In Frage Nummer 1 geht es darum, welche Reichweite die Drohnen haben. Wenn die Vulcan zum Beispiel an einem anderen Träger angedockt ist oder sich eben einfach sehr weit von den Drohnen entfernt, wie wirkt sich das auf die Steuerbarkeit der Drohnen aus? Eine wenig überraschende Antwort hier, denn die Drohnen haben natürlich eine Maximalreichweite. Wenn man sich immer weiter von den Drohnen entfernt, wird die Steuerbarkeit irgendwann sehr träge, bis sie dann irgendwann komplett eingestellt wird. Man wird aber rechtzeitig gewarnt über höchstwahrscheinlich den Bordcomputer oder die HUD-Systeme. Wenn man wieder Kontrolle erlangen möchte, reicht es einfach, die Vulcan wieder in Reichweite der Drohnen zu bringen. Wenn sich die Vulcan innerhalb eines anderen Schiffs befindet, wird sich das höchstwahrscheinlich nicht auf die Reichweite auswirken. Dann kommen wir zur Frage Nummer 2. Wie viele 100% leere, kleine und mittlere Kraftstofftanks kann die Vulcan füllen? Das ist eine schwierige Frage, die man genau nicht beantworten kann, denn jedes Schiff hat einen maßgeschneiderten Treibstofftank. Während die Statistikseite natürlich nur schreibt, es ist ein mittlerer Treibstofftank zum Beispiel, ist jeder Tank für jedes Schiff maßgeschneidert und hat eine Kapazität, die innerhalb zum Beispiel der Größe Medium liegt. Aber eine Cutlass hat zwar auf der Statistikseite genauso einen Medium-Kraftstofftank wie eine Vanguard, trotzdem unterscheiden sich die Kapazitäten. Man sollte sich im Hinterkopf halten, dass die Vulcan nicht dazu gedacht ist, Schiffe zu betanken. Sie ist kein explizites Tankschiff. Sie soll ein Schiff reparieren und mit so viel Treibstoff versehen, dass sie selbst oder dass das Schiff dann selbst zur nächsten Treibstoffstation oder zum nächsten Treibstoffschiff fliegen kann. Wenn man sie allerdings trotzdem festnageln möchte, dann glaubt das Team von CLG, wie gesagt Änderungen während der Entwicklung vorbehalten, dass die Vulcan in der Lage sein wird, 8 bis 10 kleine Treibstofftanks oder 2 bis 3 mittlere Treibstofftanks komplett aufzufüllen oder einen halben großen Kraftstofftank zu füllen. In der nächsten Frage möchte die Community wissen, ob die Drohnen die Möglichkeit haben, Materialien von anderen Orten als den Krippen, also sprich diesen Punkten, wo die Drohnen standardmäßig in der Vulcan angedockt werden, aufzunehmen. CLG sagt, dass die Drohnen einfache Arme bzw. Klammern haben, um Gegenstände zu tragen. Aber der Hauptzweck ist natürlich, dass die Drohnen an Bord der Vulcan mit Materialien, wie zum Beispiel Treibstoffen usw. beladen werden. Aber es gibt nichts, was die Drohnen daran hindern könnte, auch Materialien von anderen Punkten aufzunehmen, vorausgesetzt die Drohnen können tatsächlich diese Gebiete erreichen. In der nächsten Frage geht die Community auf die Roadmap ein. Mit der Version 3.3 sollen wir nämlich Reparaturbots bekommen. Und die Frage, die sich hier aufdrängt, ist, worin unterscheiden sich diese Reparaturbots von den Drohnen der Vulcan? Dieser angesprochene Reparaturbot ist ein frühes Stretchgoal und ein persönliches Item, also ein ganz anderer Gegenstand als die Drohnen der Vulcan. Zwar ist das Bild für diesen Reparaturbot praktisch gleich den Drohnen von der Vulcan, das liegt allerdings nur daran, dass es von diesem Reparaturbot noch keine Zeichnungen gibt. Allerdings sollte man sich da nicht täuschen lassen. Der Reparaturbot wird wahrscheinlich wesentlich kleiner werden als diese Drohnen und wie gesagt auch ein persönliches Item. Von daher einfach mal abwarten, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun oder nicht sehr viel miteinander zu tun. So, dann kommen wir zu einer Frage, die leicht schon wieder ein Thema einer vorherigen Frage aufgreift, nämlich, welches ist das größte Schiff, das die Vulcan vollständig wieder auftanken könnte? Cloud Imperium ist hier auch wieder vorsichtig. Sie sagen aber, das Ziel ist es, dass die Vulcan eine Retaliator oder Constellation wieder komplett auffüllen könnte. Aber nochmal, man muss das ungefähr vergleichen mit einem Pannendienst. Heutzutage sollte einem auf der Autobahn der Sprit leer gehen, kommt ja auch kein ADAC-Mann und füllt einem 60 Liter komplett den Tank wieder auf, sondern die geben einem einen 5 oder 10 Liter Kanister und dann kommt man eben bis zur nächsten Tanke. Nächste Frage. Wenn ich eine Ersatzwaffe in meinem Frachtraum habe, können die Drohnen dann meine Waffen oder mein Waffenloadout des Schiffs tauschen? Das ist nichts, was CIG speziell für ein Schiff entwickelt geplant hat, aber die Gameplay-Systeme würden das höchstwahrscheinlich nicht verhindern. So lautet die offizielle Antwort. Dann eine weitere Frage zur Treibstoffmechanik. Ob der externe Treibstofftank, der unter der Vulcan hängt, auch für die eigene Versorgung des Schiffs dient? Nein, sagt Cloud Imperium. Die Vulcan hat eigene Kraftstofftanks, aus der sie ihre Treibstoffe separat beziehen kann. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das die Frage wirklich war oder ob die Frage war, dass sie natürlich noch eigene Treibstofftanks hat, aber ob sie, wenn die leer sind, auch selber von diesem externen Kraftstofftank nochmal ihre eigenen Tanks befüllen kann. Mit den Drohnen wird das höchstwahrscheinlich funktionieren. Es ist ja nichts anderes, als wenn man ein anderes Schiff wieder flott macht. Aber Frage ist, ob es da eine direkte Leitung gibt, dass man das einfach zuschalten kann. Das wurde hier jetzt nicht beantwortet. Bin mir auch nicht sicher, ob die Frage darauf abgezielt hat, aber, naja, lässt so ein bisschen Spekulationsspielraum, würde ich sagen. Dann geht es in der nächsten Frage um den Laderaum, beziehungsweise um den Aufzug vom Laderaum zu den Wohnräumen. Wo ist da eine Luftschleuse versteckt oder ist da überhaupt eine Luftschleuse versteckt? Ja, die Ladebucht selbst funktioniert nicht als Luftschleuse, aber der Aufzug, der zu den Wohnräumen hochführt, der ist eine eigene kleine Mini-Luftschleuse, der die potenziell offene Ladebucht von den Aufenthaltsbereichen trennt. In der nächsten Frage geht es darum, ob die Vulkan-Drohnen Treibstoff aus einem befreundeten Schiff ablassen können, um sich selbst aufzutanken und dann alle weiteren Mechaniken weiter ausführen zu können. Das hat man im letzten Reverse-Verse auch schon besprochen und man ist zur Erkenntnis gekommen, dass man das nicht speziell für die Vulkan- oder die Vulkan-Drohnen entwickelt hat oder entwickeln wird, aber dass die Gameplay-Mechaniken dem im Wesentlichen nicht im Weg stehen werden und das Teil der Salvaging-Mechanik ist. Dann kommen wir zur Frage, ob die Vulkan selbst Treibstoffe von einer Starfahrer zum Beispiel empfangen und kaufen kann. Ja, alle Schiffe sind mit einem Fuelport, also einem Einlasspunkt für Treibstoff ausgestattet, damit sie entweder über eine Boom-Betankung, wie es eben bei der Starfahrer vorgesehen ist, oder Drohnen Treibstoff aufnehmen können. Dann möchte die Community eine Frage beantwortet haben, die sich aus der Broschüre ergeben hat. Dort wurden, ja in Anführungszeichen, Schlepperfunktionen der Drohnen beworben und jetzt möchte die Community natürlich wissen, was es damit auf sich hat. Cloud Imperium sagt, das war mehr Marketing als Wirklichkeit. Die Drohnen haben kleine Klauen oder Klammern, wie eben schon erwähnt, die es theoretisch ermöglichen würden, etwas herumzuschieben. Aber das wird nicht erlauben, dass eine Flotte von Drohnen ein ganzes Schiff wie Pferde am Streitwagen zieht. Das wird also hier nicht funktionieren. In der nächsten Frage geht es darum, wie viel Platz Munition eigentlich einnimmt. 12 SCU scheint nicht viel Platz für Wiederbewaffnung zu bieten. Ja, das hängt davon ab, sagt Cloud Imperium, welche Munition du mitnimmst. Das derzeitige Volumen des Frachtraums beträgt 2x2x3 SCU, was ein Volumen von mehr als 20 Kubikmetern ergibt. Das ist eine Menge, um es mit Munition, Schiffsteilen oder Fracht zu füllen. Der Laderaum auf der Vulkan ist aber ziemlich geräumig und wenn das Entwicklerteam das Bedürfnis hat, während der Entwicklung diese Kapazität zu erhöhen, dann gibt es dafür auch noch etwas Platz. In der nächsten Frage geht es noch einmal um diesen externen Kraftstofftank der Vulkan. Ob es nicht besser wäre, wenn diese zwei hätte, einen für Wasserstoff und einen für Quantum Treibstoff. Cloud Imperium sagt hier noch einmal, dass dieser eine Kraftstofftank 2 beinhaltet, nämlich einen für Wasserstoff und einen für Quantum. Und dann hat die Vulkan selbst nochmal zwei mittlere Wasserstofftanks für ihre Eigenversorgung und einen mittleren Quantum Tank, ebenfalls ganz für sich selbst. In der Schiffsmatrix wird das wieder gespiegelt, dadurch, dass dort steht insgesamt drei mittlere Wasserstofftanks und zwei mittlere Quantum Travel Tanks. Nächste Frage ist schnell beantwortet. Können die Drohnen in einer Gravitationsquelle oder Atmosphäre arbeiten? Ja, sagt Cloud Imperium, in einer normalen Atmosphäre wie der Erde können sie völlig normal funktionieren. Dann wird schon gefragt, woher weiß ich denn eigentlich, was ich reparieren muss an einem Schiff und wo diese Reparaturen nötig sind, also sprich, wo sich das beschädigte Teil auf dem Schiff befindet. Cloud Imperium sagt, das wird im Vorfeld noch besprochen mit der Community und diese neuen Gameplay-Mechaniken Repair und Salvaging werden auf jeden Fall noch vorgestellt und mit einem zukünftigen Patch dann ins Spiel gebracht. Dann möchte die Community wissen, ob man etwas darüber erzählen kann, wie sich diese Drohnen steuern. Die Drohnen werden von diesen Support Stations im Cockpit aus gesteuert. Zwei dieser Support Stations gibt es ja und die können entweder von Spielern oder von NPCs besetzt werden. Wenn man selbst sich an eine solche Konsole setzt, dann fliegt man die Drohnen aus der Ich-Perspektive, also aus der Ego-Perspektive über den Bildschirm und sie funktionieren wie jedes andere Schiff. Sie fliegen sich also auch genau so. Die nächste Frage ist recht spannend. Brauchen wir einen großen Vorrat an Schiffskomponenten, um alle Schiffe effektiv reparieren zu können? Das war auch ein Thema, über das im Reverse the Verse gesprochen wurde. Und kurz gesagt, kann man die Vulken auf zweierlei Arten spielen. Entweder man packt sich wirklich den Frachtraum voll mit generischen Artikeln, die eine schnelle Reaktion auf Menschen in Not ermöglichen oder man fliegt sie in der Nähe eines Ladens oder eines Verkäufers, der entsprechende Teile führt. Man untersucht erst mal das Schiff, schaut, was man alles so machen kann. Für manche Sachen braucht man natürlich auch gar keine Reparaturteile, wenn nur etwas zugeschweißt werden muss oder Ähnliches oder Leitungen wieder verbunden werden müssen. Das geht normalerweise auch so. Und dann wartet man eben ab und schaut sich das alles genau an. Und wenn man dann genau weiß, was man braucht, fliegt man eben zu dem Händler, holt sich die Teile und bringt sie dann wieder zum havarierten Schiff. Das ist die andere Möglichkeit. Dann kommt der Community die Frage auf, ob man die Drohnen auch über das Mobi-Glas steuern kann. CRG sagt, das ist nichts, was wir aktuell planen, zumindest nicht für die Drohnen der Vulken. Man braucht also auf jeden Fall diese Support Stations. Das ist im Prinzip der logische Umkehrschluss. So, meine lieben Freunde, damit wären wir auch schon bei Frage 19 und der letzten Frage. Können wir Bodenfahrzeuge mit den Vulkendrohnen reparieren, aufrüsten und wieder betanken? Absolut, sagt Cloud Imperium. Bodenfahrzeuge sind nichts anderes als Schiffe, nur in einem etwas kleineren Maßstab. Und da die Drohnen auch in Atmosphäre agieren können, spricht da überhaupt nichts gegen. Ihr könnt also auch Bodenfahrzeuge auf Monden oder Planeten wieder flott kriegen. So, meine lieben Freunde, das war das aktuelle Q&A zur Aegis Vulkan. Der Concept Sail dieses Schiffs geht ja noch bis in den April hinein und ich finde es durchaus interessant. Ich habe jetzt noch ein kleines Thema, wo ich euch mal um eure Meinung bitten würde. Vielleicht wisst ihr aktuell, wie dieser Q&A-Prozess hier abläuft. Im Spektrum wird kurz nach dem Concept Sail eine Rubrik geöffnet, wo jeder seine Fragen zum Schiff hineinschreiben kann. Soweit, so gut. Die Fragen können dann von der Community gelesen werden, die schon da drin stehen und hochgevotet werden. Leider funktioniert das nicht immer ganz so gut. Viele lesen sich die Fragen nicht durch, sondern stellen einfach ihre eigenen rein und andere voten dann auch diese Fragen wieder nach oben. Sei es vielleicht Orga-Mitglieder oder sei es so, dass man irgendwelche anderen Fragen überliest. Jedenfalls ist dieses System nicht wirklich reglementiert und dementsprechend werden teilweise gleiche Fragen gleich stark hochgevotet und kommen vielleicht in die Top 20 der interessantesten Fragen. Cloud Imperium macht es aktuell so, dass sie alle Fragen von oben nach unten mit in diese Q&As hinein nimmt, egal ob die vielleicht schon mal beantwortet wurden oder nicht. Und genau diesen Punkt stelle ich zur Diskussion. Macht es nicht vielleicht mehr Sinn, auch wenn diese Fragen natürlich von der Community hochgevotet wurden und das eigentlich ein fairer Prozess ist, dass Cloud Imperium sich die Fragen vorher mal anschaut, was sie ja sowieso machen, und wenn Fragen doppelt beantwortet wurden, diese dann doch herauslassen. Gegebenenfalls die Zusatzinformationen, die kleine Zusatzinformationen, die vielleicht mit einer anderen Frage noch hinzugekommen wäre, mit in die Ursprungsfrage hineinpacken und die gleich mitbeantworten. Ich weiß nicht, ob die Verfasser der Fragen dann böse wären, wenn ihre eigenen Fragen eben nicht dabei sind, obwohl sie vielleicht in den Top 20 stehen, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, eine weitere, komplett andere Frage zu beantworten. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, was ich meine. Mich nervt das so ein bisschen bei diesen Q&A-Geschichten, dass da teils, bei dem hier ging es jetzt noch, aber teils wirklich drei, vier Mal genau der gleiche Sachverhalt diskutiert wurde, nur weil die Wörter da ein bisschen umgestellt sind oder die Fragen anders formuliert sind. Naja, also finde ich ein bisschen schade. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ich hoffe jedenfalls, diese Episode war wieder interessant für euch und ihr konntet da einige Informationen rausziehen, vielleicht die eurer Entscheidung beeinflussen, ob ihr euch eine Eggis Vulcan zulegt oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten Videos wieder einschaltet und bis dahin, wegtreten!